Willkommen zurück zu Let's Play Oblivion mit Gläum. Dann wollen wir doch mal schauen. Oblivion spielen wir offensichtlicherweise. Gut, dass ich es nicht erwähnt habe. Wir sind jetzt ganz mysteriös. Was hast du über den Grey Fox zu berichten? Wir sprechen nicht über ihn in öffentlich. Die Thieves' Guild folgt den Grey Fox. Aber wir machen sicher, dass die meisten Leute denken, dass er nur ein Myth. Du hörst irgendwelche Worten über Kudai, Freundin? Sie ist ein Wettbewerb, also dass jemand jemand sein wird und eine Hand geben wird. Kudai. Kudai ist ein Mitglied der Braville Mages Guild. Sie hat die Wettbewerb, dass ein guter Freund von ihr nicht verloren ist. Sie hat eine Wettbewerb, aber wie Fazio, niemand hat sie auf die Wettbewerb. Not sure who's missing either. She's keeping quiet about it. Na dann. I suppose if you're interested, you could head over there and ask Kudai yourself. Na dann. Noch eine Quest bekommen. Whoopi-Doo. Ja, special jobs. I have a special request from the widow of a former fence in Leowen. As your new doyen, I am asking you to help her. Immer doch. A streetscavenger made off with a ring that the widow Adarji values highly. She is offering a reward. Na dann. The guild frowns on freelance thieves. Are you willing to go to Leowen, find the ring, and get it back to Adarji? Na dann. Ja, I will have all this poor widow. This is good. Go to Leowen, speak with Adarji, and help her find her ring. Yes, ma'am. Good hunting. Thank you. So, okay. Welche Quest haben wir derzeitig aktiv? Map. Mhm. Leowen, Westgate. Zack. Mhm. Okay, dann wollen wir mal. Wahrscheinlich werde ich erstmal wieder mit irgendwelchen Bettlern reden dürfen. Das sind uns wahrscheinlich auch zwei Questmarks. Wollen wir mal dem Ding, das scheint näher dran zu sein. Wo are you? Meine Kinder sind verbringend. Ja, eine Bettlern. Uh, Adarji. I know of her. What's it worth to you? Oh, Adarji. She lives on the west side of town. She is fond of the three sisters' lodge in the evening, but takes her midday meal at the five claws. Mhm, danke für die Info. Blessings of Akatos, a final. Thanks, you. Yay, Atlathic. Ist gestiegen. Hier sind wir anscheinend richtig. Adarjis Haus. Adarji, da ist sie. Dein gestohlener Ring. Ah, und der Ton ist wieder weg. Mhm, Amosai, finde Ring, lass ihn leiden, töte ihn und ich werde glücklich sein, ja. Ja, die Gilde verbietet das Tönen. Mhm. Okay, ich werde ihn leiden lassen. Tönlü. Wir spielen jetzt einfach stur weiter, weil die Folge ist sowieso fast zu Ende. Aber wir dürfen wieder Bettler befragen. Wopidu. Wer bist du? D'Akchi. Äh, was hat man in der derzeitige Quest? Äh, Warhammer of the Cards, äh, The Ring was stoned by Amosai. Stimmt, das ist dieser komische, argonische Heini, der total lahm war. Eines der, äh, der Kerl, den man sozusagen im Wettkampf hatte, um der Diebesgilde beizutreten. Okay, ja. Ja, ja. Ja. Mhmm. Amosai. they. It is common knowledge that the Jailers can be branded to allow visitors to see prisoners. The Jailers can be branded as the caters or other people. That's pretty bitter. Casting the living council. Mal then. Yeah. weiter geht's wirst du denn sogar die ork netter ist um es ist wie hier lang hier rechts anscheinend und geradeaus und der ton ist wieder da gut wie du können wir einfach probieren mich durchzuschleichen probier es mal jetzt schief gehen kann es nicht können wir uns gleich ein wenig hier bedienen wir haben ja 170 die triche wahrscheinlich die kiste mit den eigengütern drin wenn man aus dem knast ausbricht nichts von interesse ok ich bin aufgestiegen schlösser knacken jetzt stufe 50 sagen wir mal wieder wird er nichts dabei also was er die jahre heute jahre lewin die thiebs guild refused to take me so i came here lewin is my home it is where i was jetzigen gewünscht Pech für dich Was hast du zu ihrem Ring zu sagen Die Entscheidung wird bis zur nächsten Folge warten müssen Wir sehen uns in der nächsten Episode Bis dann!